Nachhaltigkeit spielt selbstverständlich auch in unserem Unternehmen eine sehr große Rolle. Nachhaltigkeit ist ein Eckpfeiler unserer Strategie und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite die Treibhausgasemissionen weiter reduzieren wollen, das Thema Kreislaufwirtschaft forcieren. Wir haben erst vor zwei Jahren hier am Standort 7000 Quadratmeter Photovoltaik Anlage installiert, das machen wir aber auch weltweit. Weitere Beispiele sind auch, dass wir einen zunehmend hohen Anteil auch an Ökotarifen bei unserer Energieversorgung haben. Das ist unser Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Aber eben auch mit unserer Strategie, dem Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes, wo wir unsere Produkte und Leistungen in neuen Industrien anbieten wollen, insbesondere im Bereich Geothermie, Carbon Capture und Storage und Wasserstoff.